So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Jan LKs bei Pelle Hansen. Heute haben wir wieder ein schickes Fahrzeug für euch, was wir euch vorstellen möchten vom Auto aus Listl. Wir sind wieder in Augsburg, schön arschkalt, also perfekte Voraussetzung, um ein E-Auto zu testen. Ioniq 5, kennt ihr ja schon, haben wir vor zwei Jahren vorgestellt, letztes Jahr so eine ausführliche Beschreibung dazu gemacht und wir haben, ich denke man sieht schon hieran, erkennt man es, das Update, ein kleines Facelift vom Ioniq 5 im Modelljahr 2023 und möchten demnach heute mal so speziell auf die Neuerungen darauf eingehen, was ist neu an dem Fahrzeug, was hat sich geändert. Das Video wird ein bisschen kürzer werden, also wer sich den Wagen noch nicht angeschaut hat, der kann sich gerne das ältere Video von 2021 anschauen, da haben wir ihn ausführlich vorgestellt oder halt die ausführliche Videoanleitung vom letzten Jahr. Heute möchte man das ein bisschen kürzer fassen und hat wie gesagt nur speziell auf die Neuerungen eingehen. Fangen wir an mit dem Design, da hat sich natürlich nichts geändert. Auf den Bildern wirkt der Wagen relativ klein, da hat man mal so gedacht, das ist eher kompaktklasse wie so ein i30, aber ihr seht schon, wenn ich daneben stehe, ist schon ein sehr wuchtiges Fahrzeug. Allein der Radstand von ganze drei Metern ist wirklich beachtlich und dementsprechend hat man halt auch richtig viel Platz drin. Also das zeigen wir euch dann nochmal später, setze ich mich rein mit meiner Größe von 1,93. Platzangebot vorne einfach Nonplusultra und hinten genau dasselbe. Ein bisschen was zu Front. Wir haben ja hier dieses Retro Future Design kann man sagen, auch hinten am Heck mit diese LED Pixel, die wir haben. Bei dem Testfahrzeug kann man an sich ausstellungsmäßig alles drinne, bis auf das Panoramaglasschiebedach bzw. Solardach, was man ja auswählen kann, hat der konfigurationsmöglich alles drinne. Also dieses Dynamic Paket, das Unique Paket, dann auch das Relax Paket, da sind ja diese digitalen Spiegel mit dabei. Wenn ihr einfach mal auf die Homepage schaut von Hyundai in den Konfigurator, gibt es ja letztendlich von den Motorvarianten, hat sich da ein bisschen was geändert von den Konfigurationen. Man hat letztendlich nur noch drei Modelle auszuwählen und da sind dementsprechend gewisse Pakete mit dabei. 20 PS mehr Leistung hat er bekommen jeweils und das Fahrwerk soll etwas komfortabler geworden sein. Ob das wirklich so ist? Wir sind das letzte Mal letztes Jahr gefahren, also da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Vor allen Dingen, das Problem ist ja, wir haben jetzt hier die aufpreispflichtigen 20 Zöller mit dabei. Das heißt, da haben wir natürlich noch mal ein bisschen weniger Fahrkomfort und auch ein bisschen weniger Reichweite. Muss jeder selber wissen, ob er wirklich 20er haben möchte. Ist halt wie gesagt aufpreispflichtig und gewisse Nachteile hat man. In Serie hat man hier 19 Zöller und ich finde das reicht da eigentlich auch aus. Vom Antriebsstrang entweder Heckantrieb oder Allradantrieb, wir haben hier Allradantrieb mit der großen Batterie. Die ganzen Daten blenden wir euch noch mal ein. Ansonsten von der Seite her, was fällt auf? Klar, die digitalen Außenspiegel. Von der Optik her, ja, seht ihr schon, wir haben hier auch die Blinker hier mit drin, letztendlich LED Blinker, auch mit diesem Pixel-Design. Diese Umrahmung, genauso wie auch vorne bei den Scheinwerfern gibt es ja dieses LED-Pixel-Paket. Ansonsten natürlich wieder die versenkbaren Türgriffe, damit es ein bisschen aerodynamischer ist. Haben ja so viele Elektrofahrzeuge und hinten finde ich das Hexo ist halt das, was am meisten so ins Auge sticht vom Ioniq 5, was designtechnisch richtig geil ist. So dieses LED-Pixel-Design. Hier nochmal der Schriftzug, Ioniq 5, diese LED-Leiste. Also optisch hat man es richtig cool gemacht. Wie gesagt, er ist schon eine Weile auf dem Markt mittlerweile, aber ich finde, das Design sticht immer noch ins Auge. Und wir haben ja hier den Allrad mit H-Track. Ja, ansonsten haben wir hier leider keinen Heckscheibenwischer. Hyundai hat sich gedacht, naja, okay, da braucht man keinen, weil die Scheibe wird ja eh nicht dreckig. Wir haben euch hier schon die 9000 vorgestellt, da ist der hier unten so ein bisschen versteckt. Hätte man hier auch lieber machen können, weil ihr seht schon, jetzt so bei dem Wetter schon ziemlich verdreckt. Also ja, haben sich wohl doch ein bisschen vertan. Der Designer, wie auch immer. Also wäre schon sinnvoll gewesen. Ansonsten schauen wir uns mal das Kofferraumvolumen an. In der Klasse an sich nicht schlecht. Wir haben jetzt hier das Kabel so ein bisschen drinne liegen. Doppelt den Ladeboden. Aber gut, es sieht, also von den Angaben her, vom Volumen her, denkt man erst, okay, ist ordentlich. Aber wenn man es dann so sieht, ist es an sich, ja, okay. Man sieht halt auch hier, aufgrund dieser, des Designs von der Kofferraumklappe ist es halt hier auch vorne relativ flach. Also man kann hier vorne dementsprechend auch nicht allzu hohe Sachen stapeln. Ist eher so ein bisschen in die Länge gezogen. Finde ich es aber okay. Das Kofferraumvolumen ist an sich brauchbar. Wenn man bedenkt, was hat man hier an Reichweite, ist es an sich okay. Ansonsten, was gibt es zu erzählen zum Kofferraum? Wir haben hier auf der linken Seite einen 12-Volt-Stecker, wie wir es so bei allen Fahrzeugen haben. Und halt diese Hutablage, die man aber in zwei verschiedenen Positionen arretieren kann. Wenn man es natürlich hier weiter hinten arretiert, kann man dementsprechend die Rücksitzbank, also die Sitz ein bisschen weiter nach hinten klappen und hat da auch ein bisschen mehr Komfort. Ansonsten sieht es hier schon relativ große Heckscheibe. Hier von innen fällt es viel mehr auf. Und natürlich hier elektrische Heckklappe. Haben wir euch ja schon im anderen Video gezeigt, dass man die mit der Fernbedienung auch sehr schön öffnen kann. Beziehungsweise wenn man sich einfach dahinter stellt. So, dann zum Ladeanschluss. Haben wir diesen schönen Button. Wird schön ausgefahren. Und dann wird hier auch der aktuelle Akkustand angezeigt. Ja, wir haben natürlich hier die 800-Volt-Technik. Das heißt 240 Kilowatt maximale Ladeleistung. Jetzt im Winter schaut es natürlich ein bisschen anders aus. Also realistische Werte aufgrund von Umfragen anderer Ioniq 500 sind so bei maximal 130 Kilowatt. Also im Winter schaut es natürlich ganz anders aus. Diese ganzen Angaben sind natürlich immer Top-Werte. Vor allen Dingen eher für den Hochsommer. Wir haben dementsprechend hier so vorkonditionierte Batterie an Bord, die sich so ein bisschen darauf einstellt, bevor man so eine Ladestation anfährt. Aber halt da auch allzu viel bringt es halt nicht in so einer extremen Situation wie im Winter. So, dann zeige ich euch nochmal die Platzverhältnisse hinten im Fond. Ich habe jetzt den Sitz vorne auf meine Größe eingestellt von 1,93 und ihr seht, ich habe hier einen Haufen Platz hinten. Also schon Wahnsinn. Wie gesagt, aufgrund des Radstandes. Drei Meter. Lüftungsdüsen hinten haben wir hier nicht in der Mitte, sondern an den Seiten. Wir haben natürlich auch hier an der Vollausstattung Sitzheizung hinten. Das Bose Soundsystem. Dann haben wir das hier noch manuell, um das ein bisschen zu verdunkeln. Gut, vollelektrisch hätte ich jetzt auch nicht erwartet, weil wir sind ja hier nicht in der Premium-Variante eines Genesis. Von daher finde ich es okay. Wir haben hier noch zwei USB-Anschlüsse und waren natürlich auch hinten die Vollleder-Ausstattung. Und die Sitze sind an sich sehr komfortabel, sehr bequem. Das hatte ich auch schon im letzten Video gesagt und hier mit meiner Größe. Also ich kann auch ein bisschen nach vorne rutschen, wenn ich ein bisschen liegen möchte. Also es ist richtig schickes Familienfahrzeug und für längere Strecken absolut zu gebrauchen. So, dann ein bisschen was zu den Motoren. Es gibt da letztendlich zwei Batterien. Einmal eine 58 Kilowatt-Batterie und eine 77,4 Kilowatt-Batterie. Wir haben hier die größere Variante. Seht ihr dann im Konfigurator, war er weiß ja entweder die günstige Variante mit Heckantrieb oder halt die teure mit Allradantrieb. Und da sind, wie gesagt, bestimmte Pakete mit an Bord. Bei der Allrad-Variante ist natürlich der Frank ein bisschen kleiner. Also da ist natürlich hier auch die Wärmepumpe, die wir jetzt mit an Bord haben. Dadurch haben wir die Möglichkeit, vor allen Dingen jetzt wie im Winter, wenn wir den jetzt laden möchten, an der und der Ladestation, dass der Akku ein bisschen vorgewärmt wird. Dass dann letztendlich die Leistung deutlich besser ist, wenn es dann mit dem Laden beginnt. Also dass man letztendlich dann gleich sofort loslegen kann mit voller Leistung. Gut, dann machen wir noch ein bisschen den Innenraum. Seht ihr hier schon und da die digitalen Außenspiegel. Das sind die Monitore. Ist halt auch wieder eine Frage, ob man das optisch schön findet. Ich finde, man hätte den Bildschirmrand ein bisschen schmäler gestalten können. Wir haben uns das letztendlich auch nur bei Tag testen können. Ich meine, wir sind kurz mal durch den Tunnel gefahren in Augsburg. Also da sieht man auch die Licht-Performance, ISO-Performance der Kameras sind an sich ganz gut. Wie es wirklich komplett in der Nacht ist, wenn es stockfinster ist, ob das dann wirklich mit dem klassischen Außenspiegel mithalten kann. Von der Sichtqualität können wir als Seite nicht beurteilen. Aber an sich stören die jetzt eigentlich nicht zu sehr. Es ist halt ein bisschen ungewohnt, weil ich schaue halt so ein bisschen eigentlich höher und da muss ich mal so niedrig schauen, weil ich auch den Sitz relativ hoch einstelle. Ist aber ziemlich cool. Nice to have. Ob man das jetzt unbedingt haben möchte, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist wie gesagt in einem gewissen Relax-Paket, was wir hier dabei haben, wo wir den Sitz relativ weit nach hinten fahren können, sind die Außenspiegel dann mit dabei. So, nochmal ein bisschen was zum Interieur. Natürlich auch hier Platzverhältnisse vorne richtig gut. Auch hier mit dieser verschiebbaren Mittelkonsole. Da haben wir ja diesen Hebel. Da kann man das vor und hinter schieben. Also, ja, das ist richtig so Wohnzimmer-Feeling hier drinnen. Sehr viel Platz. Das ist wirklich toll gemacht. Ansonsten auch hier immer noch, auch beim Update, das Apple CarPlay und Android Auto geht nur kabelgebunden. Also, dementsprechend hier der USB-Anschluss. Das ist leider immer noch nicht kabellos. Vielleicht dann in der nächsten Generation. Das kann man letztendlich noch erwähnen. Und ansonsten, ausstattungsmäßig, wie gesagt, wir haben ja alles drinnen, haben es ja schon in einem anderen Video ausführlich vorgestellt, das Infotainment-System und so weiter. Gibt es natürlich auch mit heller Leder Ausstattung zu ordern. Dann noch ein bisschen was zum Navi. Da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Route eingebe, dann schlägt der mir natürlich schon gewisse Ladestationen auf diesem Weg vor. Aber die werden nicht automatisch dann angewählt. Also, man muss das dann schon manuell mit bestätigen, ob man da wirklich hinfahren möchte. Er zeigt dann auch in Echtzeit an, ob die wirklich besetzt sind oder nicht und ob es natürlich auch ein Schnelllader ist, die ganzen Varianten. Das ist ein ziemlich gutes Gimmick. Geht aber natürlich nur mit dem Bluelink-System, mit der Bluelink-App, dass man das letztendlich installiert hat, dass man einen Account erstellt hat und dann kann man das letztendlich alles nutzen. Hatte ich ja auch auf den anderen Channel euch vorgestellt, meinen Wagen, den Bayon. Da fand ich das Bluelink-System jetzt für einen Reihenverbrenner nicht so praktisch, dass man es wirklich braucht. Aber hier bei den Elektrofahrzeugen ist es natürlich was ganz anderes. Gut, soviel zum Innenraum. Wie gesagt, ausführliche Videoanleitung, das andere Video. Jetzt fahren wir noch eine kleine Runde. Soviel zu den Updates, da bin ich mal gespannt, wie sich das Fahrwerk so schlagen wird, vor allem in Kombination mit den 20 Zöller. Also, los geht's! Ja, auch hier das Besondere, voll elektrische Sitze, kann man relativ weit nach oben fahren. Also, vom Feeling her ist es ein bisschen so wie in einem SUV. Natürlich nicht ganz so, aber es ist jetzt nicht ein Fahrzeug, wo ich sage, da muss man so tief drinnen sitzen, wie ich jetzt zum Beispiel beim E30 und Co. Also, hier hat man auch einen schönen, bequemen Einstieg. Ist möglich, wenn man den Sitz schön weit nach oben fährt, auch mit meiner Größe. Ja, die 20 Zöller haben wir hier drauf. Ich weiß es gar nicht mehr, bei den anderen Varianten, die wir bisher gefilmt hatten, da hatten wir die 19 Zöller, glaube ich, drauf. Und, ähm, meine, klar ist es eine Weile her, als wir den gefahren sind, aber ich merke schon, ja, hier sind jetzt 20er Schlappen drauf. Nimmt natürlich ein bisschen was vom Fahrkomfort weg. Also, demnach kann ich es jetzt nicht so genau beurteilen, ob das wirklich besser geworden ist im Vergleich zum Vorgänger. Ähm, aber ich persönlich, mir würden die 19er ausreichen. Muss halt jeder selber wissen, ob er da den Aufpreis zahlen möchte für das. Ja, nochmal zu den Außenspiegeln. Die kann man natürlich ein bisschen einstellen. Und da ist halt auch das Schöne, es wird halt nicht nur das Bild angezeigt, sondern auch hier so eine Art Totwinkelassistent, also ein Ausrufezeichen. Und natürlich dann auch, wenn man blinkt, zeigt er letztendlich dann an, ähm, den Abstand zu den jeweiligen Fahrzeugen. Ich zeige es mal kurz. Da werden dann gewisse Linien angezeigt. Also, gewisse Assistenzsysteme sind auch damit integriert, kann man letztendlich sagen. Auch hier natürlich bei dem Update wieder das autonome Fahren, Stufe 2.0, auch mit dabei. Ist natürlich wirklich sehr praktisch, vor allen Dingen, wenn man hier auf der Autobahn unterwegs ist. Ja, also kurze Stöße, merkt man schon mit den 20ern. Aber an sich ist trotzdem noch das Fahrwerk relativ komfortabel. So, Kenas, Fazit zum Modelljahr 2023, Hyundai Ioniq 5. Ich finde, die kleinen Upgrades, die man gemacht hat, sind wirklich nicht schlecht. Vor allen Dingen mit den digitalen Außenspiegeln. Hätte man sich vielleicht schon vor zwei Jahren wünschen können für so ein futuristisches Fahrzeug. Ob man es jetzt wirklich braucht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber nach wie vor wirklich ein sehr tolles Fahrzeug, Platzangebot. Also kann man schon als ein Familien-E-Auto bezeichnen. Auch die ganzen Konfigurationsmöglichkeiten, die man da hat, deutlich weitreichender, als es üblich ist bei E-Fahrzeugen. Geht schon so ein bisschen Richtung Verbrenner. Und klar, natürlich die 800-Volt-Technik und das alles, wenn man halt was Vergleichbares haben möchte. Auch immer noch nach zwei Jahren sind da so die Platzhirschen. So Porsche, Taycan und natürlich die Audi-Variante. Hier aber natürlich preisleistungstechnisch immer noch deutlich besser. Klar, wenn man alles jetzt ordern möchte, so wie bei dem hier, wie gesagt, das Solardach bzw. Panoramaglasschiebedach fehlt. Aber wenn man natürlich alles hier drin haben möchte, ist man bei knapp 70.000 Euro Listenpreis. Klar, dann kommt natürlich Umweltprämie und so weiter. Aber auch der Wagen ist natürlich an sich ein teurer Spaß, je nachdem wie man halt konfiguriert. Und die Basis bei knapp über 40.000 Euro Listenpreis ist natürlich hier auch immer noch eine sehr gute Alternative. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wir würden uns um einen Daumen nach oben freuen. Sehen wir uns bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.